Vier Kameraeinstellungen für dein Galaxy, die du nicht kennst. Als allererstes öffnest du die Kamera, dann tippst du oben links auf das Zahnrad und dann nimmst du den Punkt Auslöser. Und hier aktivieren wir zeigende Handfläche, schwebende Auslöser und Sprachbefehle. Und wenn du jetzt in Zukunft ein Selfie machen möchtest, musst du nur noch deine Handfläche zeigen. Oder du sagst, bitte lächeln. Und es gibt Situationen, da kommst du auf den Auslöser sehr schwer dran. Und in Zukunft kannst du den Auslöserknopf hier überall hinbewegen, wo du ihn haben möchtest. Und natürlich jede Zeit dann auch auslösen. Und jetzt gehen wir wieder in die Einstellungen. Dann auf Erwartete Videooptionen. Und hier aktivieren wir HDR10+. Mit dieser Option kannst du deine Videos, die Farben und Kontraste im Nachhinein nochmal bearbeiten, was ziemlich cool ist. Und 360 Audioaufnahmen. Diese Option gibt es nur für die aktuellen Samsung-Geräte. Und mit dieser Option kannst du Videos mit Surround Sound aufnehmen. Speichere das Video für später und folge mir viel mehr.